Auf 100 bin ich? Auf 100? Sag das nicht doch mal! Ich bin doch auf 180, Alter. Die Freiheit wartet. Wir haben doch keine einzige Marke bekommen, oder? Scheiße auf die Marke, Alter. Ich will eh nicht raus. Ist egal. Eigentlich hab ich immer Freunde gefunden. Ähnlich spielt er mal wer mit mir. Schon wieder die Polizeistation? Machen wir das Hex, oder was? Ja, hätte ich schon gesagt, oder? Haben wir nicht gesagt, wir machen es erst alle. Dachte ich auch. Ach so. Ich hab eigentlich gedacht, wir werden schon wissen, wie es funktioniert, dass wir nicht dann wieder draußen sind und dann... Ja, guck mal. Ich weiß nicht, was da drin ist. Uh, schau ich gesagt. Ja. Warum? Warum? Warum sollen wir ihn töten? Ich bin so froh, es wird nichts. Diese Woche, nächste Woche wird es heiß. Da kann ich endlich meine Klima verwenden. Schau ich einmal. Es steht ein Arschlochwetter bis jetzt. Das stimmt. Und ich kann endlich meine Klima verwenden. Das ist ein richtig geiles Gerät. Das Spiel kann ich einstellen, ob die mich verfolgen soll oder nicht. Oder ob die mir ausweichen soll, der Luftzug. Willst du mal ein richtig geiles Gerät sehen, kann ich da ein Fotos schicken? Warum hast du Bilder von meinem Penis? Die hab ich eigentlich der Gosia geschickt. Was von ihren Penis. Ja. Geil. Ich lass meinen Schwanen Penis tätowieren. Ich lass meinen Schwanen Penis tätowieren. Das wird urhard jetzt, das sag ich euch. Glaub ich nicht. Ich seh, wie der andere mit den Maschinen müssen, oder? Ja, ja. Jetzt kommt der erste zusammen und letztlich gleich gleich. Weiter. Hahaha. Ich steppe. So ein paar, du alle. Hast du das gesehen? Ich bin ein Meier. Ich bin dort. Wie war es mit vier? Wir wollten vier machen. Oh, holy shit, Leute. Was? Ich wollte gerade sagen. Was? Norbert, mach dir die Tür zu, dass du in einer Falle rennst. Ja, das ist halt ein Kameradenschwern. Was willst du machen? Ich bin wenigstens nicht so wohlgestimmt. Ich war dann direkt im Aufwand. Ich war das zu. Ich wollte dir meine Achse. Zu rauchen einen Wupps. Ich wollte nicht darüber reden. Wie war dann?! Genau. F喝, dein religiousΩ. Woot! Ich kann mich nicht. Ich kann mich nicht. ocum weißt du bist! Bähам... AHHHHHHHHN! Bäham... Qui sind ja Capex. lebrböhm... Oh, wow. Oh, 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 oh. Watch out. Scheiße, ist das für eine Spritze? Nein. Achso, er ist ganz tot. Er ist ganz tot, da wurde er hingerichtet. Oder wie du das für ein Noob spiele ich eigentlich? Luft, genau in die Richtung, wo ich komme. Da ist Alex, da ist er. Ja. 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 Bob, right there! Uuuuuh, er kommt! Also das ist so ein Bullshit, sag ich dir. Er kommt! Ja, vergiss, wir sind alle schon so Meier, wir müssen das G'scheiter spielen. Ja. Nein! Hahaha! Nimm die Breine die Falle. Wie kommst du einfach vorbeigehen? Da ist noch einer. Boah, da hast du ja gar keine Chance. Das gibt's hier nicht. Das Problem ist, ich kann dir die Heilung nicht geben. Aber ich gebe sie trotzdem. Mir ist egal. Ja. Ja, nehmen sie! Ach so. Wir sind sowieso tot. Oh, da ist doch eine Heilung. Ja. 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 Ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich. Ich sehe dich jetzt. ich mich hast du die spritze ja ich klinge den ab da ist nämlich die sags schleuder der wollte er geht trotzdem auf dich da ist aber noch einer gleich jetzt sind alle auf den engen raum müssten jetzt mal verteilen da wo weißt du wann du gehst wurde ich nicht mehr verfolgt das ist ja noch immer selber ich bin tot kasse Komm weg da, du Bastard. Meiner. Nein. Okay. Jetzt müssen wir alles retten gehen. Boah, du liegst. Du auch. Komm weiter. Nein, wir können. Passt. Das war's. Also machen wir alle 4er durch. Zum Lernen. Ich mein, wir können das 3er nochmal probieren. Aber wir müssen halt einfach viel intelligenter folgen. Können wir von mir aus. Wie ihr wollt, aber ich würd's probieren eigentlich fast. Weil wir kommen uns sowieso nicht dran vorbei. Ich dachte halt eben, weil wir schon die Polizeistation jetzt wissen, was wir machen müssen. Bevor wir da jetzt wieder 100 Sachen andere machen. Ja, aber da müsst... Erst recht. Bin ich dabei. Also grundsätzlich seh ich das auch so. Ähm, aber dann müssen wir jetzt wirklich mit Schleichen spielen. Ja. Ohne Schleichen geht das nicht. Fiste? Du lockst die halt nur von einem Ende aufs andere. Du kommst halt sonst nicht weit. Auf jeden Fall haben die uns ganz schön gefeasted jetzt. Ja. Das stimmt, ja. Hm. Da. Ohne Schleichen. Du wirst mich nicht mehr wahrnehmen. Mh... Ach. 4 vielleicht von Anfang an ist halt schon hart muss ich sagen. In dem engen Römer. Das ist ein wenig. Du bist eigentlich, ich verstehe, du hast wenig Platz. Und du hast schon von Anfang an vier Gegner. Drei. Vier waren es. Zwei große, der Psycho und dann dieser kleine. Kleine? Also ein Psycho, zwei große und dann in einem in so einer Rüstung oder sowas. In der Psycho habe ich nicht gesehen. Da war Alex? Ah, Norbert Koi. Wie schlecht bist denn du? Weiter. Aber ja, wirklich gleich von Anfang an, ruhig spielen. Gleichen. Ja, absolut entspannt spielen. Nicht vorpreschen, auch gleich. Ja gut, dass es eh keiner hat. Glaub ich halt. Habe ich nicht mitbekommen, war gleich am Boden. Guck mal, du bist noch in der Schleuse. Guck mal, du bist noch in der Schleuse, oder? Ja, entschuldigung, ich habe nur mein Handy geholt. Wieso bist du vorgeprescht, Norbert? Weil du das so erwähnst. Ja, Norbert ist auch vorgeprescht. Ja, wie immer der letzte. Ja, wie immer der letzte. Du warst das letzte. Ich war der letzte. Ich wünschte, man könnte das überspringen. Ich glaube, das ist der Lader-Bildschirm quasi. Wahrscheinlich eher. Ich dachte, der Lader-Bildschirm ist das Zug dann. Und wir lassen dich weg. Ich frage mich aber, der Zug fährt nicht schnell, wieso wir da eigentlich voll angekettet sind immer. Vielleicht damit wir nicht schauen, wo wir sind, oder so. Ganz klar. Da hinten tun wir mir dann gleich zwei raus. Nehm den, nehm den. Danke, habe ich jetzt nicht mitbekommen. Ah, schau, das war vorhin aber ein Versteck jetzt nicht mehr. Und der lag vorhin auch nix. Das kommt auch irgendwo links draus oder raus, ja. Wenn der noch nicht da ist, dann... Okay, das ist immer unterschiedlich. Können wir das mal extra verkniffen, mit aufbrechen. Da ist einer. Wer hatte ich auch schon entdeckt. Der Norbert hat das Wuschel eigentlich nicht so verstanden. Schön, dass man hilft. Da kommt noch einer. Dann stellen wir wieder gleich. Gute Olympian. War höher. Zwei, da kommt noch weiter. Oh, ich hab sicherlich drauf. Dann kommt noch ein Versteck. Denkst du nicht! Doch, das ist alles hinter mich! Wir sehen uns. Ja, nein. Okay, da sind es zu dem Versteck. die tür muss man aufbrechen da sind Die Tür ist nicht hier, um dich in zu halten. Sie sind hier, um die Welt zu halten. Ich habe eine Tür in die Tür gelegt. Irgendwo ist der drinnen, Norbert? Polizei-Revier, der ist aber irgendwo dahinten. Hier wäre eine Coop-Tür, Norbert. Ich komme. Also nicht die Tür, aber du kannst glättern darauf. Jetzt sollten wir auch die Tür hinter uns zu machen, dann hören wir, wenn einer durchbricht. Aber da ist eine Falle auf der Tür gewesen vorhin. Schau, ob noch einer ist. Nein, das sehe keiner. Die Falle ist weg, sobald du sie geöffnet hast. Nein, Norbert hat sie eben dir zugemacht und du bist dann von der anderen Seite reingelaufen. Geht das so dumm? Also was bin ich dumm, muss ich sagen. Was denn? Oh, jetzt habe ich mich übersteckt. Er kommt. Wir können da hinten hier ganz hin. Du kannst dich hier da verstecken, oder? Konntest du dich dort nicht verstecken? Okay. Ich bin zu dem Markt. Ich will nicht mit mir reden. Ich will nicht mit mir reden. Ich will nicht mit mir reden. Norbert? Ja. Und wer ich mit mir verraten? Genau wie das verraten ist. Wir wissen, was du gerade hier konkret rokfussbekования hast. Wir sehen, was wir hier haben, haben eine enduranceangsrug. Wenn du kommst, du vielleicht mal, dass wir die Security auch machen können. Wenn du Zeit hast. Wir brauchen nämlich leider alle drei Spieler da. Gott sei Dank, dann kommen die da nicht rein. Warum ist jetzt zwei von drei? Ja, weil wir alle drei brauchen, damit das aktiviert werden kann. Wir haben jetzt zuerst auch aktiviert, ich und Dominik. Aber vielleicht warst du da ganz tot. Da war ich ganz tot. Dominik, lass dich gehen. Wo liegst du denn? Er liegt genau rechts neben uns, siehst du? Geht schon? Hol ihn, Norbert. Nein, Norbert. Ich hab Glück gehabt, Alter. Der Schreier hat dich gesehen, Norbert. Er kommt da halt gleich. Er kommt da halt gleich. Können wir gleich durch. Nein, da schreit jetzt auch noch. Der Schreit zu der Schreit. Können wir? Anders! Super Buster! Achso, seid ihr schon durch? Ja komm 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 Durch dann mal heilen Ich dachte du fließt von ihm Alex deswegen Ich wollte dich eigentlich beschützen Mach nicht, ich wollte gleich nur du rein Oh stark Morbid, der Heilung wird immer mehr Ah, ersten Part geschafft Aber der war schon hart War hart, aber wir haben es jetzt ruhig gespielt und es wird besser Aber ich frag mich wie wir dann den restlichen Teil schaffen sollen Das war jetzt mal die Außen-Gegner Ich hab bis jetzt nichts Brauchbares gefunden Ja ich hab 3D-Trücher, aber bis jetzt nichts ruhiges verwenden kann Wo ja irgendwo da vorne war, was? Auch keine Spritze oder so, ich weiß wirklich wer drauf gefahren sind, die Kunden Da ist der, ne? Da ist der, ne? Sneaky Ich würde echt gehen wissen, wer mich gesehen hat Er hat mich gesehen Jetzt hat er ihn wieder gesehen Dominic ist dann raufgegangen in die Stufen, gell? Okay Woah Schlecht DT Schlecht DT Da läuft er genau zu mir Ich find halt dumm dieses Geräusch-Signal Dass man entdeckt worden ist, dass das egal wer entdeckt worden ist, bei jedem ertönt Oh ja Der war komplett genau hinter uns Der war komplett genau hinter uns Jetzt schon? Komm her Dann, hat er wieder weg Genau Macht ganz sicher Ja, das kann man schlipp Dank coal Ich kann es! Ich bin nicht so weit. Nein! Komm da hin, Dominik. Ja. Bitte, bitte, bitte! Bitte, bitte! Ich kann es nicht mehr! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Nein! Nein! Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Sorry. Wir müssen sie irgendwie wegloggen, ich bin nicht mehr. Dass wir den Verräter rausschieben können, sonst kommen wir nicht weiter hier. Kommt noch einer. Das ist unglaublich. Ich kann schon nicht. Ich kann schon nicht. Jetzt lege ich. Also, Alter. Was das Problem ist, ich hätte diese Gegner nicht schwer ist. Wenn du so irgendwie Wunschutz hättest du das so, du hast Wunschutz. Oh Gott, sehr lange lasst du mich hinrufen, oder? Boah, da ist doch einer. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ja, Leute, folgen mich. Ja, ich bin jetzt auch so froh. Ich glaube auch, ein großes Problem ist halt, dass wir uns immer gegenseitig quasi die Gegner zu tanzen. Alle drei bei mir. Eins. Zwei. Sitten kann er jetzt nicht mehr gehen. Oh, nein. Oh, nein. Ja, sie entdecken dich halt auch immer sofort. Ich hab keine Chance. Das ist einfach nur behindert. Oh, Mann. Lass mich. Du möchtest dich jetzt eins bitten. Mann, ich glaube nicht. Ich kann halt nur einen von euch holen mit der Spritze, glaube ich. Ich habe noch keine Spritze. Noch bin ich am Verbluten. Hier war die Spritze. Aber ich bin noch am Verbluten gewesen, das meinte. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht was holen. Jetzt vielleicht. Oder mal Alex. Alex ist schwerer zu holen. Ich versuche den Haberer gleich durchzuschieben, dass wir ein bisschen mehr Freierung kriegen. Hast du eine Spritze? Du hast eine Spritze, oder? Ich habe keine Spritze. Ach so, ich dachte, du hast eine Spritze. Was? Hast du nicht gesagt, du hast eine Spritze? Was? Ich habe gesagt, ich brauche keine Spritze dabei. Das ergibt ja auch keinen Sinn. Hey, ich suche eine Spritze für Norbert noch. Ich bin einiges. Aber wenn wir jetzt weiter können. Jetzt eröffnen sich neue Türen. Darum sage ich ja, wir müssen den nochmal anschieben. Das wir mehr Möglichkeiten haben. Nur weil ich suche mich plötzlich für dich ja. Danke. Nur weil ich nicht. Ich brüchte aber anscheinend nicht, ich hab zu nehmen schon hinten. Nur weil ich hatte schon die Spiele gefunden, möchte ich nur mithalten. Aber ich kann sein, danke. Das kann ich mit dir sehen. Ich möchte nur mitteilen, dass Alex die Spitze nicht... Was? 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 Ich bin hier vor. Gut.